Wenn es schnell mal leicht und schön werden soll, empfiehlt der Stuckateurmeister die Innovationskraft des modernen Trockenbaus. Der Fachmann für Hochleistungsbaustoffe kann mit Glas, Holz, Metall und Gipskartonelementen nahezu jeden Wohnraumtraum verwirklichen. Und das ganz ohne Abstriche bei Wärmedämmung, Schall- und Brandschutz. Was nach profaner Gipskartonplatte aussieht, ist nach Expertenmeinung längst ein Hochleistungsbaustoff, mit dem sich Zukunft gestalten lässt. Der Trockenbau ist eigentlich das Instrument insgesamt für Ausbauaktivitäten, weil Sie mit dem Trockenbau eigentlich alles gestalten können, was Ihnen ins Sinn kommt. Ob das runde Wände sind, ob das geschwungene Deckensegel sind, ob das Sachen sind, die für die Raumakustik notwendig sind. Es ist alles realisierbar. Sie brauchen nur eine Gebäudehülle und alles andere organisieren Sie mit dem Trockenbau. Sie können einen Trockenunterboden machen für die Verkabelung, für die Leitungsführung, für die Lüftungsanlage. Sie machen im Trockenbau alle Wände, die Sie dann auch wieder umsetzen können oder abbrechen können und neu gestalten können. Sie machen Ihr Raumkonzept jedes Mal wieder irgendwo anders. Sie organisieren den Brandschutz, den Schalschutz, die Akustik, alles mit dem Trockenbau. Und alle Oberflächen, die Sie denn sehen im Raum, auf denen Sie sich bewegen, sind vom Trockenbau gestaltet. Ob Sie dort Glaselemente mit einsetzen, ob Sie dort Holzelemente mit einbauen. Trockenbau ist eigentlich das Element am Bau, das die Zukunft bringt. Besonders bewährt hat sich die Trockenbauweise bereits beim Dachausbau. Nachdem eine solide Wärmedämmung aufgebracht wurde, werden vom Stuckateurfachbetrieb im Handumdrehen Metallprofile oder Holzlatten montiert. Dadurch können auch zuvor unebene Stellen begradigt werden. Heraus kommt ein gut gedämmter, gemütlicher Raum, dessen Dachschräge, Geborgenheit und Ruhe ausstrahlt. Wird dieser auch noch verputzt, so bekommt der Raum zusätzlich eine edle Note und ein gutes Raumklima. Doch Trockenbau ist mehr als Gipskartonplattenbau. Viele der scheinbar profanen Gipskarton- oder Gipsfaserplatten werden durch gezielte Zusätze zu Hochleistungsverbundbaustoffen mit überlegenen Eigenschaften. Weiche und unebene Oberflächenstrukturen schlucken Störgeräusche. Lufteinschlüsse sorgen für gute Wärmedämm-Eigenschaften. Gebundene Kristallwasseranteile wirken als Brandschutz. Erhöhter Faserverbund erhöht die Tragfähigkeit und Leichtbauweise sorgt für Sparsamkeit im Materialverbrauch. Der sachkundige Einsatz der Trockenbautechnik birgt also eine fast unendliche Fülle weiterer Funktionen, die den Wert eines Hauses mit Sicherheit steigern. Besonders in Räumen mit stressförderndem Geräuschpegel sind schallschluckende Akustikbauplatten ein nahezu natürliches Heilmittel. Vom Fachbetrieb einer richtigen Stelle montiert, steigern sie das Wohlbefinden der Bewohner um ein Vielfaches. Im Hohlraum hinter Trockenbauelementen können nicht nur Versorgungsleitungen, sondern auch gut gehütete Geheimnisse hohen Wohnkomforts versteckt werden. Denn wer ahnt schon, dass sich hinter so edlen Decken ein ausgeklügeltes Schlauchsystem verbirgt, das mit seinem warmen oder kalten Wasser Decken und Wände nach Bedarf erwärmt oder kühlt und so zu einem angenehmen Raumklima beiträgt. Eine solche Klimadecke lässt sich in Trockenbauweise am effizientesten herstellen. Und wer Wert auf anspruchsvolles oder ausgefallenes Design legt, wird auf die unübertroffene Vielfalt an Trockenbauelementen nicht verzichten wollen. Die Palette reicht von jeder erdenklichen Deckenform, wie zum Beispiel als Kassetten oder Gewölbe, bis hin zu verspielten Raumelementen und futuristischen Raumteilern. Selbst klassische Baustile können nachgeahmt oder in moderne Designstile überführt werden. Auch wer es richtig stabil braucht, zum Beispiel um einen Schalterraum in einer Bank einbruchssicher zu machen, trifft mit Trockenbau die richtige Wahl. Mehrere Schichten im Wechsel von Gipskarton und Stahlblech machen die Wand undurchdringlicher als Mauerwerk. Sollten Sie Ihre vier Wände also mal wieder mobil machen wollen, Trockenbau ist die Antwort. Schnell, leicht, schön und hoffentlich fachgerecht. Schnell, leicht, schön und hoffentlich fachgerecht. Schnell, leicht, schön und hoffentlich fachgerecht.